Eine weitere Folge Pixel Junk mit dem schönen Level-Namen Zutritt verboten Und warum es hier verboten ist für uns werden wir wahrscheinlich erfahren Vielleicht auch nicht Hier ist ein Diamant, den wir mal eben schnell sammeln Dann geht's weiter Uh, wir kriegen auch schon Gesellschaft Wir kriegen Gesellschaft Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt der Soundtrack von dem Spiel richtig gut Also was jetzt die ganze Schose mit dem Eislevel angeht Weil bei dem Vulkan war auch noch nicht so viel Soundtrack, glaub ich Und wenn ja, hab ich's erstens verpasst Und zwar ins Gefiel an mir, eh nicht Oben ging's ja nicht weiter, oder? Nein, von da sind wir gekommen Kommen wir mal ganz schnell daran vorbei Da ist ein Diamant Sehr schön Jetzt achte ich auch wesentlich mehr auf die Diamanten Nein, 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 du Klau... Boah Bin ich da voll reingeflogen Okay, machen wir das Ganze nochmal So So Das heißt für uns, wir müssen da den wahrscheinlich erstmal Wahrscheinlich erstmal erledigen Oder beziehungsweise erstmal unsere Crewmitglieder retten Bevor wir dann den Gegner da angreifen Ja Jetzt will er natürlich uns ans Leder Aber Nicht mit uns Da ist der Diamant, der letzte Nehmen wir mit Und weiter geht's So, da sind schon wieder zwei von unseren Kollegen Die wir mal ganz schnell mitnehmen Hier mal ganz schnell gucken, ob hier ein Diamant liegt Und da liegt tatsächlich einer Wie ich's schon vermutet hatte Was ist das? Das sind Minen Oder irre ich mich da? Ja Haha, der wurde sogar von der Miene getroffen Genial Da ist kein Diamant Ob das jetzt so eine gute Idee war Ohne da runter Obwohl die Die wär eh explodiert Wenn wir da in der Nähe gekommen wären Aber da ist schon der zweite von zwei Und das heißt für uns Wir können zurück Wir können direkt zurück Um somit das Level abzuschließen Aber wir werden wahrscheinlich noch ein paar Gegner hier bekommen Ja Ah, so eine Attacke geht auch Wusste ich gar nicht Jawoll Okay Und nun? Und Uah Also Okay Also spielt das Ganze hier mit einem Vulkan so ein bisschen Das heißt wir müssen hier immer ein wenig warten Darauf dass der Vulkan sprüht Weil wir kommen ja Von uns aus kommen wir ja gar nicht weiter Ja Ist natürlich auch eine schöne Idee Vom Level Design her Jetzt werden wir erstmal den hier rechts retten Ist das mal eine gute Idee gewesen? Ich weiß es nicht Ich Würde sagen Er nicht Denn Ja 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 Das war sowas von klar Das war sowas von klar Naja Müssen wir uns an eine kleine andere Taktik ausdenken So Retten wir die beiden Chaoten hier oben Nur ein wenig Uns in Geduld üben Bis es weiter geht Ja ich muss ja sagen Es Der Spieleherbst Dies Jahr wird ja Wahrscheinlich richtig geil Oder richtig genial Denn Es kommen Fantastische Spiele raus Wie zum Beispiel Das Remake von GTA Zum Beispiel Dann The Crew kommt raus Ähm Oh nein Oh nein Er ist gestorben Mist Ähm Und viele viele weitere schöne Wow Viele viele weitere schöne Titel Das ist nicht gut Das ist gar nicht gut Das ist überhaupt nicht gut Das ist gar nicht gut Was jetzt passiert Oder doch Das hat so gerade eben funktioniert Ist da unten eben das auch ein level up Level up Was geht mit dir Ich habe auch noch gar keinen einzigen Diamanten gefunden Fällt mir gerade auf Ah ja Aber hier Wasseranzug mal wieder Wir können wieder Eis greifen Und Wasser schießen Das heißt wir können uns so ein bisschen Vor die Lava schützen So Können wir den Vulkan eigentlich auch zum stoppen bringen Geht das auch Ja aber wir kommen Na wir kommen aber nicht mehr durch Was für ein Fail Ich nehme mir mal diesen Eisbrocken mit Na gut Jetzt ist es Crush Ice Für meine Getränke Egal Müssen wir vielleicht irgendwann nochmal hin Um nochmal die Diamanten zu sammeln Hier gibt es sogar vier Stück insgesamt Ich vergesse mal nach diesen Bonusleveln Ausschau zu halten Oder diese Bonusbereiche Nein Wieso hat der denn vorher nicht aufgenommen Ah nee Was für ein Fail Ja da Da Klammert er sich noch In die Ecke rum Da ist ein Diamant So Du gehst nirgendwo hin Höchstens stirbst du So wunderbar Das hätten wir Das heißt wir uns den Kollegen können wir retten Dann müssen wir mal zu ihm hier Wow Hier ist wahrscheinlich auch ein Diamant versteckt Mit aller Wahrscheinlichkeit Weil so viel Runter zu reißen ist hier Oder Nee Da wäre ich jetzt ganz stark von ausgegangen Dass in diesem Bereich Ein Diamant Wow In diesem Bereich ein Diamant ist Aber anscheinend doch nicht Da oben ist einer Und ein Level Up Gibt es auch kein Bonuslevel Oder Bonusbereich Hier vielleicht No So Hier scheint wahrscheinlich was zu sein Ja Aber uns fehlt immer noch einer Mal ganz kurz mal eben nachschauen Ob irgendwas aufgedeckt worden ist durch die Lava Nein Hm Ist natürlich nicht schön Na gut Dann gucken wir beim nächsten Mal nochmal Vielleicht nochmal hier vorbei Wenn wir mal Vielleicht so eine Bonusfolge Werde ich da nochmal aufnehmen Um alle Alle Diamanten zu sammeln So Da geht schon fleißig zur Sache mit Gegnern Aber mit ne Menge Gegnern Nimm ihn auf Oh da ist wieder was mit Laser Ja Oder mit Und mit Raketenwerfern Die wir noch gar nicht hatten Die Gegner Und da rechts ist schon der Laser Ihr seht ihn schon Ja Wird er sich bewegen Kann man ihn irgendwie ausrichten Ah ja Oh Ein Bonuslevel Und ein Fähnchenmännchen Und zwar Kim ist das Warum Wieso Ist es so kalt Ich sollte mich Der Vorhut anschließen Aber ich habe sie nicht Vor dem Erdbeben erreicht Seitdem bin ich in diesen kalten Eishöhlen gefangen Ich war sicher dass ich Hier sterbe Äh Wat Ich war Ha 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 Ich war sicher dass ich sterbe Bis ich Dein Schiff gesehen habe Dankeschön Kim Willkommen an Bord Eine neue Reise Eine neue Runde Aber wie können wir das Ah nein 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 Das ist jetzt wahrscheinlich ein großer Fehler den ich jetzt begangen habe Weil Habe ich jetzt einen Diamanten aufgesammelt oder was habe ich jetzt Nein Ich habe jemanden erledigt Shit Shit Naja Ich trödel mal wieder so ein bisschen rum So weg damit das brauchen wir alles gar nicht Ah ist eine schöne Animation finde ich Haben sie richtig cool gemacht So richtig so Crush Eyes sieht das aus Die Frage ist ob sich dahinter irgendwo ein Diamant verbirgt Den wir jetzt vielleicht noch finden müssen Da oben ist einer ich sehe ihn schon Ja da oben steckt einer hinter Ja So Unsere Männchen haben wir ne Wo ist denn der Ausgang Wo war denn hier nochmal der Ausgang Hallo Ach da unten ist noch jemand den wir noch Ah ok Ganz vergessen Ja und jetzt Äh Kann ich mich denn wieder umwandeln oder Hä Äh Ja Leute ich äh Weiß gerade nicht genau Weiß gerade nicht genau wie ich da unten hinkommen soll Weil Hä Hä Irgendwie Oder ist hier irgendwo doch noch ein Doch noch irgendwie so ein geheimen Umwandlungsgerätschaft Die wir aufdecken müssen Die wir aufdecken müssen Nee anscheinend nicht Okay Wo müssen wir denn da hin Und Und vor allen Dingen Was müssen wir machen Also jetzt gerade schnalle ich es irgendwie nicht Habe ich mir Habe ich mir jetzt echt selber verbaut Die sind Fels nicht sehr massiv Vielleicht kannst du ihn auch ohne Raketen zerstören Ja aber wie Ah Alles klar Ja Das hätten wir Und ich würde sagen Wir sehen uns in einer nächsten Folge Macht's gut Wir sehen uns Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal